Hallo liebe Zuschauer. In diesem Video lernen wir zusammen einen Brief mit vier unterschiedliche Beispielsätze. Hören Sie den Brief und Beispielsätze. Sie möchten sich bei Ihrer Freundin Claudia für einen Kinobesuch bedanken. Schreiben Sie an Claudia einen Brief. Warum schreiben Sie? Was haben Sie gesehen? Wie hat es Ihnen gefallen? Schreiben Sie zu jedem Punkt ein bis zwei Sätze auf den Antwortbogen, circa 30 Wörter. Schreiben Sie auch eine Anrede und einen Gruß. Bei Piel 1 Hallo Claudia. Ich schreibe dir, um mich für unseren Kinobesuch zu bedanken. Ich fand den Film Mission Impossible super spannend. Wie hat es dir gefallen? Nochmals vielen Dank für den schönen Abend. Viele Grüße, Marco Lübeck. Wochum, 20.10.2023. Beispiel 2. Liebe Claudia, ich schreibe dir, um mich für den tollen Kinobesuch zu bedanken. Wir haben uns den Film Der lustige Kater angesehen. Der Film war sehr lustig und ich habe es wirklich genossen. Vielen Dank nochmals und hoffentlich können wir bald wieder ins Kino gehen. Liebe Grüße, Marco Lübeck. Wochum, 20.10.2023. Beispiel 3. Hallo Claudia. Ich wollte mich bei dir bedanken. Wir waren gestern im Kino und haben den Film Der Abenteuerwald gesehen. Der Film war spannend. Ich fand es super. Vielen Dank und bis bald. Liebe Grüße, Marco Lübeck. Wochum, 20.10.2023. Beispiel 4. Liebe Claudia, ich danke dir für den Kinobesuch am Samstag. Wir haben einen Actionfilm gesehen. Der Film war aufregend und ich hatte eine tolle Zeit. Nochmals vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße, Marco Lübeck. Wochum, 20.10.2023.